Hallo, heute ist der große Tag. Ich mache mich auf zu Anselm, meinem Batallehrer, um diese leicht verstimmten Obelis zu stimmen. So klingen sie jetzt und wie sie später klingen werden, das will ich mit diesem kleinen Video festhalten. Ich war es dabei. Und so klingen sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020